Norddeutscher Rundfunk 2021 Mach mal! Auf beide Ohren gleichzeitig, ja? So, es geht los ab Biograd mit einer 45er Vovaria. Am 15.06. legen wir in der Marine ab und wollen heute Nachmittag noch das Ziel, die Brigadabucht ca. 8-10 Mal von Biograd entfernt erreichen. Das Besondere auf diesem Turn, keiner der Gäste, die hier mitreisen, war jemals auf einer Segeljacht, hat also keinerlei Erfahrung. Das heißt, alles muss so sorgfältig und genau besprochen werden, als irgendwie möglich. dass du Motorrad mit einem den Motorrad habe und dann hast du ihn mal gemacht. So, es geht los. Dass du ihn��, was du oben hast! Wenn du, an wir klickst, jetzt hast du lieber gewonnen, ist in der ersten Minute. Wenn du, an ich soll, binhärte. Das ist aber auch so wärtsig. Wenn du, dê, dass du hier auf. Was es auch so wärtsig warst, als ich so wärtsig warst, wenn du hier und der ersten Minute factor wärtsig warst. Dass du dich gerät hast, wärtsig warst. Du, wo, wärtsig warst du dich. Musik So, nach einem kurzen Schlag von Biogard, ca. 8-10 Malen, erreichen wir die Vegarderbucht. Dort gibt es genau noch eine Boje, die wir uns fischen und dabei müssen wir natürlich schon mal gleich das erste Manöver bewerkstelligen. Das Fischen der Boje oben ist natürlich gar nicht unbedingt das ganz große Problem. Außerdem viel wichtiger ist es dann, auf die richtige Seite die Leine zu befestigen, nämlich auf der Unterseite. Sehr, sehr häufig sieht man leider die Vorleine nur auf dem oberen Fangring befestigt, der natürlich nicht durch die Boje geht oder man sich zumindest nicht auf die Boje verlassen kann, dass er durchgeht. Deswegen ist es immer wichtig, die Leine durch den unteren Ring, der direkt mit der Kette befestigt ist, zu führen, weil nur dort der komplette Halt des Schiffes gewährleistet ist. Oben der Ring ist eigentlich nur zum Fangen da. Ja, nachdem wir dann festgemacht haben in der Vegarderbucht an der Boje, kommt dann, als es relativ dunkel schon ist, ein österreichisches Boot mit vier oder fünf Österreichern an Bord neben uns und fragt uns, ob sie sich Päckchen lehnen dürfen, weil deren Anker kaputt ist. Ja, das sagt man natürlich nicht nein und wir bekommen dann dafür als Dank noch ein Ständchen von diesen netten Österreichern. Jeder Tag ist ein Geschenk, das man genießen soll, wenn es kommt im Leben nie zurück. Jeder Tag ist ein Geschenk, für das man danken soll, jeden Tag und jeden Augenblick. So, jetzt schaue ich jetzt vorne auf und lasse ein bisschen lockern, kurz ein bisschen zugeben, also aufmachen, dass der Hansel, dass der Tony besser kurbeln kann oder fähig kann. So, wunderbar, jetzt beide Belegen, beide super hoch. So, jetzt machen wir das mit dem Vorsingeln, wir gehen nach Steuerbohren weg, das heißt, Tony wird gebraucht, um es rauszuziehen und du machst die Klemme jetzt langsam auf oder machst sie auf und gibst die Leine zu, dass der Tony ziehen kann. Und Hans, die Backbohrleine von der Fock aufmachen. Ich gehe die Führung rein und belegst das. Jetzt nimmst du die Klemme, die Winschkomme. Ich entspannst es ein bisschen, das ist unbelebt. Nach einer wunderbaren, ruhigen Nacht vor Brue und im Päckchen mit unseren österreichischen Mitstreitern geht es dann am nächsten Tag erstmals unter Segeln Richtung Schibbenig, Körker Wasserfälle. Unser Ziel heute Abend ist Kradin und wir haben circa vier bis fünf Windstärken, ein wunderschöner Wind zum Eingewöhnen an unsere Crew, die sich jetzt langsam so mit den Begebenheiten und mit den Leinen und mit den ganzen Dingen, die man da so zu beachten hat, vertraut macht. Dann zieh es unten mit den Kettel raus. Dann zieh es unten mit den Kettel raus. Dann zieh es unten mit den Kettel raus. Das läuft nicht mit. Das sehe ich nicht. Dann müssen wir ziehen. Dann muss nochmal rum gehen. Mach die Klemmel vorne zu. Die Klemmel vorne zu. So, jetzt freimachen und noch eine Kurbel, noch eine Lage drum legen oder zwei. Also wir haben, wie knapp, ihr habt es gesehen, ich habe beide Segelflächen gewusst reduziert, weil wir schon gute Windstärken haben. Dann müssen wir nicht gleich Vollgas anfangen mit der Lage und so weiter. Wir sind jetzt immer wieder auf die Seine. Und theoretisch kann jetzt einer, wenn er mag, wir sind jetzt auf dem Ampenskurs. Das heißt, wir fahren streng gegen die zwölf Wind. Auf das kannst du nicht mehr schauen. Also wenn du jetzt hier gerade stehen willst, merkst du gleich, wie der ... Ja. ... würde hessen. Dann würde ich jetzt mit den Kapitern ausführen, oder? Ich zeige es an. Beide. Ach so, kommen wir schon, oder? Das eine geht schneller und das andere ... Ach so, das eine ist beim Drehen. Ja? Ja, das eine ist eine schnelle, wenig oder viel übersetzte, je nachdem. Ah, okay. Und das andere ist eine stärker übersetzte, wenn es dann ... Wenn es dann in der einen ... Ja, schaffe ich schon nix mehr, gell? Okay. ... da ist dann ein ... Ich sehe hier noch nicht, weil es noch nicht wieder geht. Das geht nicht so einfach. Oho. 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 Die Eile ist mir jetzt. Musik So, nachdem wir dann bei Schiebennick auf die Kirka reingefahren sind, dann Schiebennick vorbei und den wunderschönen Weg hinauf diesen Fjord, die Kirka rauf nach Skrading gefahren sind kommt das erste Anlegemanöver an der Moringleine, rückwärts gegen den Steg oder gegen die Mole haben wir vorher bestens durchbesprochen und deswegen klappt es auch wie Sahneschnitte mit dieser komplett bis dahin ungeübten Kuh, man kann das wunderbar erklären, man kann jeden Handgriff zeigen und erklären und dann funktioniert es und dann legt man das Schiff wie Butter an und jeder glaubt, wir hätten das schon immer so zusammen im Team gemacht, das kann man vorher erklären, ich finde es immer furchtbar, wenn die Leute bild auf den Booten rumspringen keiner weiß, was zu tun ist jeder zirrt an irgendwelchen Leinen hat aber letztendlich keinen Plan und dann kommen die Schiffe quer daher und das muss nicht sein, wenn man das vorher im Detail ein bisschen durchspricht Musik 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 Ja, 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 ja. Sehen Sie den Päden. Sie sehen sehr schwer. Sie sehen sehr schwer. Sie sehen die Richtung nach der Seite. Sie sehen die Richtung der Päden. Sie sehen die Richtung der Päden. Es ging dann schließlich von unserer Anlegestelle mit dem Taxiboot hinauf, die letzten Meter der Körker bis zum Eingang zu den Körker Wasserfällen. Man sollte sich ungefähr für den Rundweg um den Nationalpark oder vor allem um das Zentrum der Körker Wasserfälle eine gute Stunde, vielleicht auch zwei Zeit nehmen. Es ist ein wunderschöner Weg um die Körker Wasserfälle herum, man kommt sich vor wie im Dschungel, es gibt überall Erfrischungs- und Speisemöglichkeiten. Und dann kommt man an der Stelle wieder raus, wo man die Tour begonnen hat und kann dann letztendlich alle Stunde mit dem Taxiboot wieder zurück zum eigenen Schiff fahren. Meine Freunde sind die Sterne über Rio und Shanghai, über Bali und Hawaii. Meine Liebe ist alles, meine Ausstellung ist die Sterne. Die Sterne, sie zeigen Ihnen am Firmawelt. Ihren Weg mit den Bildern, die jeder Fischer kennt. Die Sterne, sie zeigen Ihnen am Firmawelt. Die Sterne, sie zeigen Ihnen am Firmawelt. Hast du nicht mal Bock, dein Leben zu genießen, hier kriegst du garantiert einen Kick in Deniz-Ola-Cola, da gibt's keine Grenzen, schon längst nicht mehr. Prost! Der Schindel. Ja, ich würde schon mal wieder, oder? In den warmen. Ja. Sind das da oben eigentlich noch, äh, sind das das Küchenrollen da oben, oder? Die stehen. Das halten wir jetzt fest. Ja. Ich hab bis jetzt eben gerade mal ein bisschen abgespült. Aber der Hans hat halt abgetrocknet. Der Andi hat gestern auch abgelogen. Nachdem wir die Kirka-Wasserfälle wieder verlassen haben, an Schibenik vorbei rausgefahren sind, wieder Richtung Kornharten, sind wir an Caprie vorbeigefahren und liegen heute Abend auf der Insel Kakan in einer Bucht, die Trakika heißt, die etwas südlich von der Podgucina-Bucht geliebt ist. Ich hab's noch ein bisschen zu nah am Wind. Ich hab's noch ein bisschen zu nah am Wind. Und wir sind jetzt hier mal zurück. Unser heutiges Ziel ist irgendeine schöne Bucht in den Kornaten. Wir wollen zwar vorher nochmal ganz kurz Wasser tanken, aber das letztendliche Ziel soll dann die Foliebucht sein. Eine meiner Traumbuchten auf den Kornaten, wo wir abends zu Fisch essen gehen. Auf dich Nu Macher 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nachdem ich mich ja dieses Jahr zum ersten Mal auf die neue Bavaria Cruiser Linie eingelassen habe, bis dato bin ich immer nur die alten Modelle gefahren, weil mir sie fast ein bisschen besser gefallen und weil sie natürlich auch zum anderen einen Ticken günstiger sind wie die neue Linie, wusste ich jetzt nicht so recht, wo der zweite Wassertank ist und deswegen wusste ich auch nicht, ob unser zweiter Wassertank gefüllt ist. Wir haben dann festgestellt, dass der zweite Wassertank nicht gefüllt ist, das heißt wir hatten schon nach zwei Tagen keinen Wasservorrat mehr und deswegen wollten wir auf dem Weg in die Foliebucht Wasser bunkern und haben uns da überlegt, dass wir die ACI Marina auf Piscera anlaufen, eine wunderschöne Marina. ACI Marinas sind ja normalerweise jetzt nicht so besonders schöne Marinas, sie sind zwar perfekt und komfortabel und modern, aber halt typische Marinas. Aber die Piscera Marina ist natürlich traumhaft gelegen, türkisfarbene Wasser und sie liegt auf einer Insel. Und dann haben wir dort versucht, Wasser zu tanken, aber weil sie natürlich auf der Insel liegt, hat man dort lediglich in der Früh die Möglichkeit, Wasser zu tanken, untertags leider nicht. Dieses Wasser wird von weit her mit Wasserschiffen angeliefert und ist eben nur für die Morgenstunden vorrätig und danach gibt es kein Wasser mehr. Also anlegen und auch gleich wieder ablegen, mit dem Ziel dann die Foliebucht. Es ist ein bisschen gut, aber nur morgen Morgen wird die Nase geteilt. Sorry. Okay. Ja, okay. Ja, warte mal. Okay. Thank you and goodbye. Das sind ihre Maffler. Nein, nein, die bist du. Geh allein. Und nicht mit mir. Da zieht mich mit zu der Tür ab. Da muss jetzt nur jemand rein. Eigentlich 5 hat es geheißen. Eigentlich müsste 5 rein. Es fehlt noch 2. So, guten Appetit. So, jetzt kriege ich 15 Mal. 15 Mal das Kartlende fressen. Hans, die Leine. Ja gut, das mit diesen Wassertanken in Marina Pesquera, das war dann wohl nichts. Wir sind also dann gleich weiter durch die Kornaten Richtung Foliebucht. Mein Gott, und was soll ich sagen, diese Bucht ist so wunderschön. Man liegt entweder direkt mit der Yacht an der Mauer des Fischers oder an der vorgelagerten Boje, die gehört zu diesem Fischer. Das sagt er einem dann auch gleich. Dafür sind allerdings die Kornatengebühren inklusive. Das heißt, man hat keine Übernachtungsgebühren zu bezahlen, sondern einfach im Prinzip anstandshalber beim Fischer auch zu essen. Und Tony hat dann die Aufgabe des Taxichauffeurs übernommen. Der hat uns gepaddelt mit unserem Dinghy. Das sind ungefähr 50 Meter bis zur Anlegestelle von Fischer. Und es war ein traumhaft wunderschöner Abend. Sonnenuntergang wie auf der Postkarte in der Foliebucht. Und am nächsten Tag ging es dann wieder weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ging dann weiter auf der Kornatenaußenseite oder auf der Außenseite von Tugiotok Richtung Norden, Richtung Vilirat. Und dort einen Zwischenstopp gemacht. Vor Vilirat gibt es einen vor einigen Jahren dort gestrandeten Frachter, dessen Reste noch an der Oberfläche zu sehen sind. Auf diesen Frachter kann man auch rumsteigen. Man kann also mit dem Schiff ein paar Meter, 100 Meter vom Schiff festmachen per Anker auf 6, 7, 8 Meter Wassertiefe und dann mit dem Dinghy rüber paddeln. Dort wird sehr, sehr viel geschnorchelt. Und vom Dinghy kann man dann auf dem Frachter, auf den Überresten dieses gestrandeten Frachters rumsteigen und sich den anschauen, bevor wir dann bei Vilirat in einer Bucht einen wunderschönen Abend im Sonnenuntergang verbracht haben. Das ist ja easy. Welche Nummer? Doch, da ist eine Nummer drauf. 33. 33. 33,5 oder ein bisschen mehr. 35. 35. 36. 36. 30. 40. 48. 46. 41. 47. 45. 48. 48. Ja, am letzten Tag verlassen wir die Bucht bei Belirat, um noch einmal ganz kurz auf die Adria raus zu segeln. Später geht es dann wieder zurück an dem Leuchtturm Faro vorbei, an der Insel Destonie und an Uglyan Nordspitze vorbei, Sada vorbei Richtung Kubitscha. Kubitscha soll heute unser Abend sein, der letzte Abend. Wir werden dann am Samstag ganz, ganz früh um 5 Uhr aufstehen, weil wir uns den Sonnenuntergang nicht entgehen lassen wollen. Ein wunderschöner Turn geht wieder mal zu Ende. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich für die Crew. Ein tolles Team, hat zum Schluss perfekt und auch von Anfang an eigentlich perfekt zusammengespielt. Dafür, dass sie noch niemals auf einem Segelboot gewesen sind, hat es alles super geklappt. Und ich freue mich bereits, wahrscheinlich dieses Jahr mit dieser Crew wieder auf Turn zu gehen. Ich hoffe, dass sie noch nicht so gut sind, wenn sie noch niemals auf ein j hobели. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020